Eisprinzessin. Academy of Shapeshifters Episode 17. Geschrieben von Amber Auburn. Gelesen von Marlene Rauch. Gewalt. Das war das erste Wort, das mir zu den Rebellen einfiel. Gewalt und Zorn. Ich brauchte nur ein einziges Mal in Sophias Gesicht zu blicken, um die Wahrheit zu erkennen. Sie genoss es, dass wir ihre Gefangenen waren. Nach allem, was sie während der Spiele in der Akademie an Gegenwind bekommen hatte, fühlte sie sich jetzt endlich wieder überlegen und nutzte diese Machtposition gnadenlos aus. Und ganz nebenbei sorgte sie noch dafür, dass ihre engsten Feinde ordentlich was abbekamen. Gerade bei Jannis und mir achtete sie darauf, dass die Fesseln besonders eng gebunden waren, sodass sie ins Fleisch schnitten. Doch weder Jannis noch ich schenkten ihr Genugtuung. Wir jammerten nicht und, abgesehen von Jeff, der sich auch nach einer Weile noch lautstark beschwerte, wie mit dem umgegangen wurde, sagte niemand ein Wort. Somit machte es Sophia bald keinen Spaß mehr, uns gehässige Blicke zuzuwerfen. Sie lief voraus durch den sibirischen Forst und führte uns immer tiefer in die unberührte Wildnis Russlands. Mein Zeitgefühl ließ mich im Stich, weswegen ich im Nachhinein nicht mehr sagen kann, wie lange wir gelaufen waren. Ich erinnere mich nur noch an diese Steinformation, die wie ein Wegweiser ausgesehen hatte und der wir gefolgt waren, bis wir in einer dunklen Felsspalte verschwanden. Alles, was danach kam, liegt im Dunkeln meiner Erinnerung. Zum einen, weil der Weg durch pure Finsternis ging, zum anderen, weil ich gedanklich damit beschäftigt war, mich auf das vorzubereiten, was uns gleich erwarten mochte. Wir stiegen unter die Erde. Der Boden war rutschig und die kühle Feuchtigkeit, die von den Höhlenwänden abgestrahlt wurde, ließ mich frösteln. Keine einzige Fackel erleuchtete den Weg. Und trotzdem wurde es langsam wieder heller. Dunkle, blaue, diffuse Lichter erschienen und verschwanden wieder. Es tropfte überall und das Geräusch von fallendem Wasser wurde von den Wänden mehrfach wiedergegeben. Plötzlich stand ich mit den Schuhen komplett im Eiswasser. »Passt auf eure Füße auf!« ertönte Sophias selbstgefällige Stimme von vorne. Maulen und Knurren von Seiten meiner Begleiter war die Folge. Sie waren alle reingetreten. Egal, es ging weiter. Immer tiefer stiegen wir hinab unter die Erde. Viele rutschten aus, wurden von ihren Wächtern aber einfach weitergezogen. Ich glaubte schon, wir kämen auf der anderen Seite der Welt wieder heraus, bis wir einen Bogen liefen und dort plötzlich so viel Licht herrschte, dass ich endlich die Beschaffenheit der Höhlenwände sehen konnte. Sie waren zum Teil aus Eis. Große, blaue, durchschimmernde Blöcke. Zu unserer Linken gab es eine Öffnung wie ein Fenster, von der aus eine große Höhle zu sehen war, deren Wände komplett aus Eis zu bestehen schienen. Mehr konnte ich leider nicht sehen, da wir weitergeschleift wurden. Bis zu einem Punkt, an dem plötzlich alle anhielten. Jemand näherte sich der Gruppe. Stimmen erklangen. Ich ging auf die Zehenspitzen, um besser sehen zu können, und erstarrte mitten in der Bewegung. Wen haben wir denn da? Fragte eine Männerstimme, die mir bekannt vorkam. Kieran? Fragte Janis ungläubig. Was? Ich riss an meinen Fesseln, um besser sehen zu können. Kaum hatte ich Matteo vor mir beiseite geschoben, wünschte ich mir, es nicht getan zu haben. Der Typ, der neben Sophia stand und mit einem überheblichen Grinsen zu uns hinab sah, war tatsächlich Kieran. Groß, mit dunklem Haar und finster lächelnd. Ich wollte nicht glauben, dass er hier war. Erst Sophia und jetzt auch noch Kieran. Das war ein Albtraum. Da standen sie, auf einer kleinen Erhöhung und sahen Seite an Seite auf uns hinab. Der böse Wolf und das Biest. Sie passten wirklich gut zusammen. Hallo Janis, Ben, Matteo, Finn und Lena, zählte Kieran unsere Namen auf. Was für eine Überraschung. Wir haben sie im Süden aufgegabelt, hinter unseren Grenzen, erklärte Sophia und klang so, als würde sie ihrem vorgesetzten Meldung machen. Sie sind spazieren gegangen, als würde der Wald ihnen gehören. Hätte nicht gedacht, euch jemals wiederzusehen. Kieran hob das Kinn. Nacheinander taxierte er seine alten Rudelmitglieder. Dass er dabei die Fell, Tante Rita, Karl und die anderen Wandler aus der AOS komplett ignorierte, war kein Zufall. Kieran hatte schon immer eine sehr eingeschränkte Denk- und Sichtweise gehabt. Und so wie ich ihn kennengelernt hatte, interessierte er sich auch nur für uns und seine Rache. Wie ich sehe, hast du nichts aus deiner Position als Rudelführer gemacht. Diese Breitseite galt Janis, der für seine Verhältnisse ziemlich hasserfüllt zu ihm hinauf sah. In diesem Moment wünschte er sich bestimmt, ihn damals bei den Reptii wirklich getötet zu haben. Zum Bau oder in die Zellen? fragte Sophia, und anhand von Kierans abscheulichen Grinsen wusste ich schon vorher, was er gleich sagen würde. In die Zellen! Das Schubsen, Drängeln und Zerren ging weiter. Untermalt von Sophias und Kierans Lachen, das durch die dunklen Gänge schallte, wurden wir wie Schlachtvieh vorangetrieben. Keiner wehrte sich. Niemand sagte ein Wort. Wir wurden in einen Gang getrieben, der mit vielen Löchern in den Wänden bestückt war. Gefängniszellen, wie sich bei näherer Betrachtung herausstellte. In Vierergruppen wurden wir in die Zellen gesteckt, unsere Fesseln gelöst und die Gittertore abgeschlossen. Das alles ging innerhalb von ein paar Sekunden. Schon entfernte sich das gemeine Lachkonzert und Stille legte sich über die Höhlen. Toller Plan, krummelte Jeff. Lasst uns das Rebellenlager besuchen, weil sie sich sicher freuen, uns zu sehen. Das wird ein Spaß, äffte er uns nach. Wenn das zum Plan gehört, dann wüsste ich gerne davon. Wir kommen wieder raus. Sagte Rajani, die mit Jeff, Noel und Viviane in der Zelle gegenüber eingesperrt war. Wir haben nichts Schlimmes getan. Abgesehen davon, dass sie uns hassen, sagte Janis, der neben mir an den Gitterstäben stand und zum Gang hinaussah. Und völlig zu Recht. Matteo hatte sich in die hinterste Ecke gehockt und wühlte auf dem Boden herum, während Finn die Wände abtastete. Was habt ihr vor, fragte ich und erhielt keine Antwort. Janis suchte weiterhin das Gespräch mit den Färfern gegenüber. Noel hielt sich im Hintergrund. Ich konnte ihm dennoch ansehen, dass er nicht besonders begeistert war über diese Wendung. Doch er ließ es sich nicht anmerken. Ganz im Gegenteil zu Viviane, die wie ein Tiger im Käfig auf- und ablief. Kannst du dich mal hinsetzen? Das nervt. Ranzte Jeff sie an, wofür er ein tiefes Knurren kassierte. Ich muss nachdenken, rief Viviane. Dann denk leise und im Stillen, so wie dein Bruder. Du hast mir gar nichts zu sagen. Und ob? Viviane und Jeff fauchten sich an. Ruhe, so kommen wir hier nicht raus, sagte Karl, der in der Zelle neben den Färr steckte und dem ich die Hilflosigkeit vom Gesicht ablesen konnte. Es wird alles gut. Tante Ritas Stimme heilte kläglich durch den Gefängnistrakt. Sie tat mir leid, und dennoch konnte ich mich jetzt nicht um sie kümmern. Dafür war ich viel zu aufgewühlt. Diese Ungerechtigkeit durfte nicht toleriert werden. Sophia und Kieran waren nicht die einzigen in diesem Rebellenlager. Es musste noch viel mehr Leute geben, solche, die auf unserer Seite sein würden. Irgendjemand. Immerhin waren wir keine Verbündeten der Captoren. Das wussten sie doch. Wieso also nahmen sie uns gefangen? Nur aus persönlichen Rache gelüsten? Wie viele Rebellen gibt es hier? Fragte ich an Karl gewandt. Ich weiß es nicht. Es könnten Hunderte sein. Ihr wart doch schon mal hier. Wie war es damals? Hier waren wir noch nie. Gab Karl geknickt zu. Das Rebellenlager, das wir kennen, bestand aus einer Höhle und kleinen Zelten drumherum. Damals, vor zehn Jahren, wurden wir wie Freunde behandelt, und man hat uns Essen und einen Schlafplatz angeboten. Keine Gefängniszelle. Wie viele waren es damals? Karl sah sich ratsuchen zu Tante Rita um. Ich weiß nicht. 200 vielleicht. Das ist eine ganze Menge, murmelte ich, und fragte mich gleichzeitig, wie groß dieses Höhlenkonstrukt sein musste, damit sie alle Platz fanden. Denn auf dem Weg hierher hatte ich keine einzige Hütte gesehen, kein Zelt, nicht mal eine Grube. Nichts, das darauf hindeutete, dass hier jemand lebte. Und doch hatte mich diese Eislandschaft hinter der Wand neugierig gemacht. Es sah so aus, als würden wir uns tief unter der Erde befinden, umgeben von einem dieser Gletscher aus der Eiszeit. Wenn Sophia und Kieran hier sind, sind vielleicht auch noch andere Wandler aus der AOS im Rebellenlager, vermutete ich. Was machen die überhaupt hier? Rajani wirkte nicht sehr begeistert, die beiden wiederzusehen. Sie gehören eher hierher als wir, steuerte Janis zu diesem Gespräch bei. Wieso? fragte ich. Sie sind eine der wenigen Rekruten, die aus einer echten Wandlerfamilie stammen. Ihre Eltern sind Wandler, ihre Großeltern, ihre Geschwister, Onkel und Tanten, alles Wandler. Ich warf Karl einen wissenden Blick zu. Er hatte einmal davon gesprochen, dass die meisten Wandler als Kuckuckskinder unter die Menschen gemischt werden. Bei Sophia und Kieran war das offenbar anders. Das heißt, sie kommen aus einer großen Familie voller Wölfe? Genau. Janis drosselte die Stimme. Sophia gehört einem Wolfsklan an, der schon seit Jahrhunderten in den polnischen Wäldern haust. Sie leben ziemlich spartanisch in Hütten und Zelten und haben kaum Kontakt zur Außenwelt. Deswegen hatte sie auch kein Problem damit, sich im Ferrer-Camp zurechtzufinden. Sie kennt nichts anderes. Gibt es bei ihnen auch Rudelführer? Aber sicher. Alpha, Beta, Gamma, Omega. Das volle Programm. Und sie nimmt diese Ränge ziemlich ernst. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Gab ich knapp von mir. Sie hat zwölf Brüder und ist das einzige Mädchen in ihrem Alter. Ja, fügte Janis hinzu. Dazu konnte ich nichts mehr sagen. Denn tatsächlich empfand ich gerade so etwas wie Verständnis für sie. Jetzt, wo ich wusste, woher sie stammte und unter welchen Bedingungen sie aufgewachsen war, erschien mir ihr Verhalten nur logisch. Als einziges Mädchen unter zwölf Brüdern musste sie bestimmt den ganzen Tag lang kämpfen, um nicht zerfleischt zu werden. Kein Wunder, dass sie so ein Biest geworden war. Und Kieran? Fragte ich weiter. Ähnlich. Janis kam näher, damit er nicht so laut reden musste. Aber bei ihm ist es etwas anders. Seine Familie stammt ursprünglich aus Schottland. Aber sie wurden dort vor Jahrzehnten vertrieben und sind über Norwegen bis in den hohen Norden gewandert, dort, wo kaum noch Menschen wohnen. Er ist der älteste Sohn einer sehr alten Wandlerfamilie und er wird einmal Rudelführer sein, wenn sein alter Vater nicht mehr ist. Woher weißt du das alles? Er hat es mir erzählt. Wir hatten zu der Zeit, als ich neu ins Camp gekommen war, einen guten Draht zueinander. Er hat mir geholfen, mich einzuleben und mir viel erzählt. Da wir eine Zeit lang sogar fast Nachbarn gewesen sind, haben wir uns gut verstanden. Ich in Lappland und er kurz hinter der Grenze. Verstehe, das erklärte auch, wieso Kieran ausgerechnet Janis vertretungsweise zum Rudelführer gemacht hatte. War er damals schon so ein Ekel? Nein. Janis war betroffen zu Boden. Nein. Damals war er jemand, zu dem alle aufgesehen haben. Er hat das Kellenrudel gut geführt und jeder fühlte sich sicher bei ihm. Erst nachdem er fortgeschickt worden war und Monate später zurückkam, wurde er zu dem, was er heute ist. Und ich will gar nicht wissen, wieso. Sonst zweifle ich auch noch an meinem Hass auf ihn. Und das darf ich nicht. Und? Was schlägst du vor, Rudelführer? Fragte Finn, der die ganze letzte halbe Stunde damit zugebracht hatte, mit Matteo die Wände unserer Zelle abzutasten. Wahrscheinlich suchten sie nach Lücken, durch die wir entkommen könnten. Wir warten. Sie werden uns nicht umbringen und ich vertraue auf ihr Urteil. Ich gab ein schnaubendes Lachen von mir, in das Matteo und Finn mit einstiegen. Die beiden und Vertrauen? Das passt einfach nicht zusammen. Mag sein. Aber sie wissen, dass wir nicht den Captoren angehören. Wir sind also nicht ihre Feinde. Janis wirkte sehr ernst. Ihre Freunde aber auch nicht, gab ich zu bedenken. Du kennst sie besser als wir alle. Sie werden uns umbringen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Die hatten sie schon. Janis blaue Augen leuchteten in der Dunkelheit. Sophia hätte uns direkt töten können. Nicht ohne Verluste, aber sie hätte es versuchen können. Sie waren in der Überzahl. Also meinst du, sie haben etwas anderes mit uns vor? Der Gedanke war nicht gerade sehr beruhigend. Überhaupt alles war nicht beruhigend. Davon gehe ich aus. Deswegen vertraue ich darauf, dass dieses Rebellenlager von vernünftigen Wandlern angeführt wird, die uns bald hier rausholen werden. Darauf warte ich nicht. Weg da! Matteo stieß mich beiseite und ging an das Zellenschloss. Welpe? Finn kam an seine Seite und reichte ihm einen dünnen Draht. Was habt ihr vor? Ausbrechen? Was sonst? Kam von Matteo zurück. Er fummelte an der Vorderseite des Schlosses herum. So wie damals bei der Hintertür zu Tante Ritas Haus. Finn assistierte ihm dabei. Mit seinen dünnen, langen Fingern war er ihm eine große Helfer. Die Fell aus der Zelle gegenüber sahen ihn gespannt zu. Und was dann? Fragte Yannis, der für seine Verhältnisse reichlich pessimistisch war. Hier wimmelt es doch nur von Wachen. Habt ihr gesehen, wie viele sie auf Patrouille geschickt haben? Fünfzig. Wie viele Rebellen muss es geben, dass sie die alle losschicken können? Vielleicht war es ein Jagdtrupp? Fragte Rajani über den Gang. Unwahrscheinlich. Und selbst wenn, wir finden den Weg nie bis nach oben. Und unsere Sachen können wir nicht zurücklassen. Wir finden einen Weg, sagte ich voller Überzeugung. Uns wird etwas einfallen. Wir bringen es zu Ende, sagte Matteo. Mir lief ein eiskalter Schauer über den Rücken. Es war unnötig zu fragen, was er damit meinte. Kieran und Sophia waren uns schon einmal entkommen. Damals hatte Yannis sie laufen lassen. Und das war ein Fehler gewesen, wie man jetzt sah. Du meinst, ich töte lieber, anstatt getötet zu werden. Psst, rief Jeff aus der gegenüberliegenden Zelle. Wir sind nicht allein. Matteo und Finn steckten die Köpfe so weit durch die Gitterstäbe, wie sie konnten. Ich stellte mich auf Zehenspitzen und versuchte, in den Gang zu sehen, doch er lag in vollkommener Dunkelheit. Da ist niemand, knurrte Matteo und machte sich wieder daran, das Schloss aufzuknacken. Auch nach Stunden waren er und Finn immer noch damit beschäftigt, mit einem fuseligen Stück Draht im Schloss herumzupolen. Sie kamen keinen Schritt weiter. Und außer dem leisen Klicken und Fluchen war es sehr still geworden. Neben Jeff glaubten auch Noel, Vivian und Rajani irgendjemand gesehen zu haben. Doch es kam niemand. Weder Sophia und Kieran, um uns zu töten, noch jemand anderes, um uns zu retten. Man ließ uns einfach allein mit uns, unserer Angst und ohne Essen, Wasser oder Decken. Wir wurden müde und viele legten sich zum Schlafen hin. Auch Matteo gab es endlich auf, das Schloss öffnen zu wollen. Er hatte sich die Finger blutig gefummelt und sich neben Finn an der Zellentür niedergelassen. Janis lag mit geschlossenen Augen daneben auf dem Boden und versuchte zu schlafen. Ich hing erschöpft, aber immer noch stehend an der Tür und spähte in den Gang hinaus. Ich wartete und wollte den Moment nicht verpassen, in dem sich unser Schicksal offenbarte. Wir waren den langen Weg von Deutschland nach Russland nicht gegangen, um jetzt in einer Eiszelle zu erfrieren. Wir waren hier, um Antworten zu bekommen, um zu helfen, um die Welt zu retten. So bescheuert das auch klingen mochte. Doch man ließ uns nicht. Man hörte uns nicht zu. Wir wurden wie Vieh eingesperrt und mussten warten, was sie mit uns anstellen würden. Geht es dir gut? Er klang es aus der Zelle gegenüber. Noëls grüne Augen leuchteten in der Dunkelheit auf. Ja, und dir? Fragte ich im Flüsterton. Mit den Fingern umklammerte ich die Gitter, genauso wie er. Wir waren zu weit entfernt, um uns berühren zu können. Trotzdem spürte ich die Verbindung zu ihm. Ja. Ist dir kalt? Hm. Wie rührend, säuselte Sophia. Ihre Gestalt schälte sich aus der Dunkelheit. Wahre Liebe im Angesicht des Todes. Ich schluckte schwer und stellte mich gerade hin. Was habt ihr mit uns vor? Das werde ich euch nicht verraten. Wo bleibt da der Spaß? Sie grinste finster. Zum Glück war sie nicht früher gekommen. Matthäus' Ausbruchsversuche hätten nicht unbedingt für mehr Sympathie gesorgt. Oder lungerte sie schon seit Stunden heimlich in den Schatten. Wir sind keine Feinde, sagte ich, auch wenn es mich einiges an Überwindung kostete. Das werden wir sehen. Sophia gab ein tiefes Kichern von sich, wie eine dieser bösen Hexen aus den Disney-Märchenfilmen. Viel Glück morgen und gute Nacht. Sie entfernte sich genauso geräuschlos, wie sie gekommen war. So kaputt, wie ich war, hätte es mich nicht gewundert, wenn ich mir ihren Auftritt nur eingebildet hätte. Irgendwann musste ich eingeschlafen sein, denn ein Geräusch riss mich aus dem Schlaf und katapultierte mich zurück in die Wirklichkeit. Schritte. Viele Schritte. Kierens dunkle Stimme ertönte in der Ferne. Ich war sofort wach und stand auf. Was ist los? Fragte ich Finn, der den schmalen Kopf halb durch die Gitterstäbe steckte. Keine Ahnung, kam von ihm zurück. Sie haben noch weitere Gefangene, sagte Rajani, die von ihrer Zellentür aus mehr sehen konnte. Ich hatte keine Ahnung, wen sie damit meinen könnte, bis sich Matthäus genervtes Knurren vernahm. War ja klar, dass er überlebt. In dem Moment traten Kieran und ein paar andere an unserer Zelle vorbei. Gehört er zu euch? Fragte der ehemalige Rodelführer. Zwischen zwei Wächtern hing ein Junge mit wilder, brauner Stirntolle. Seine Lippen waren blau. Er bewegte sich nicht. Mick. Mein Flüstern war laut genug, dass Kieran es hören konnte. Aufmachen, sagte er zu den Männern, und sie schlossen unsere Zellentür auf und stießen Mick hinein, den ich mit Jannes Hilfe auffing. Stolpernd und ächzend gingen wir mit ihm zu Boden. Er war eiskalt. Hättet ihr den nicht einfach liegen lassen können? Rief Jeff aus der anderen Zelle zu uns herüber. Ich hatte mich schon so drauf gefreut. Doch ich ignorierte ihn und prüfte Micks Körpertemperatur. Er sah furchtbar aus. Seine Haut war weiß und kalt. Er zitterte, obwohl er nicht bei Bewusstsein war. Wir brauchen Hilfe. Er erfriert, rief ich zu Kieran nach draußen. Als keine Antwort kam, stand ich mit flehendem Blick auf. Bitte, wir brauchen etwas zu essen. Decken, heißes Wasser. Kierens Augen verengten sich zu schlitzen. Muss ein Scheißgefühl sein, zuzusehen, wie jemand langsam stirbt. Bitte. Er hat dir doch nichts getan. Es war mir vollkommen egal, dass ich gerade Kieran um Hilfe anbettelte. Es ging nicht mehr um ihn oder mich oder Jannis oder Finn und Matteo. Kein Rudelstreit. Mick hatte es nicht verdient, auf diese Weise zu sterben. Ihr bekommt, was ihr braucht. Nach heute Abend werdet ihr sowieso alle tot sein. Danke, sagte ich ehrlich. Die Anspielung auf das, was heute Abend mit uns geschehen würde, ignorierte ich. Im Moment zählte nur, dass der kleine Kater uns nicht wegstarb. Man brachte uns allen wenig später Decken und Wasser. Mit Jannis und Fins Hilfe schaffte ich es, Mick's Körpertemperatur zu heben. Er hörte auf zu zittern und schlief deutlich entspannter. Matteo weigerte sich, auch nur einen Finger für den Surveillance-Krumm zu machen. Irgendwie konnte ich ihn verstehen. Allerdings siegte bei mir immer noch die Hilfsbereitschaft. Und so nervig Mick oftmals auch war, ich sei nicht als meinen Feind an. Er war einfach nur ein Junge, der in der falschen Schule ausgebildet worden war. Er würde irgendwann einsehen, dass er für die falsche Seite kämpfte und dann würde er sich uns anschließen. Vielleicht. Und? Ist er schon tot? Fragte Jeff aus der gegenüberliegenden Zelle. Leider nein. Kam von Matteo zurück, wofür ich ihm einen bösen Blick zuwarf. Er ist eine Katze, die haben sieben Leben. Neun. Korrigierte ihn Jeff. Egal, es sind so viele. Hätte gehofft, denen sind wir los. Das dachten wir alle. Könnt ihr mal damit aufhören, rief ich. Mick kämpft hier gerade ums Überleben. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als ihm den Tod zu wünschen? Falls es dir entgangen sein sollte, Fuchsmädchen, wir kämpfen alle ums Überleben. Entschuldige, dass ich eher auf unserer Seite als auf der unserer Feinde bin, rief Jeff. Psst, nicht so laut, zischte ich. Wenn Kieran davon erfuhr, dass Mick zum Komitee für Wandlerangelegenheiten gehörte, wäre er schneller tot als einer Katze sagen konnte. Mir egal. Er ist ein Surveillance-er und je weniger es von denen gibt, desto besser. Meine Rede, stimmte Matteo ihm zu. Aber so ein Toter hat er nicht verdient, sagte Finn. Was ist ein Surveillance-er, fragte Jannis dazwischen und bekam dafür von allen Seiten überraschte Blicke zugeworfen. Wir sollten ein wenig Aufklärungsarbeit leisten, schlug ich vor. In der nächsten Stunde wurden unsere Camp-Freude in allen Zellen von den jüngsten Ereignissen unterrichtet. Jannis war ein besonders guter Zuhörer und stellte nur sehr wenige Fragen. Dafür hatte ich das Gefühl, dass er sehr schnell verstand, worum es wirklich ging und die Sache auch ernst nahm. Ich überwachte nebenbei Mick, der eine immer gesündere Gesichtsfarbe annahm. Die vielen Gespräche ließen mich sogar für einen Moment vergessen, dass wir uns in Gefangenschaft befanden. Und ich freute mich, unter meinen Freunden zu sein. Jannis gehörte genauso dazu wie Rajani, Finn, Matteo und all die anderen. Und er hatte mir gegenüber diese macho-hafte Art endlich abgelegt. Die Sache zwischen uns war endgültig geklärt. Das machte es mir einfacher, mit ihm zu reden. Auch wenn es unter der Erde konstant dunkel war und wir keine Ahnung hatten, welche Tageszeit gerade herrschte, merkten wir, dass sich der Tag langsam dem Ende neigte. Das wurde vor allem dann klar, als ein ganzer Trupp Wächter vorbeikam und uns mit Essen versorgte. Wir trauten unseren Augen kaum, als wir das frisch gekochte Fleisch sahen, das sie in Schalen an jeden von uns austeilten. Es roch köstlich und ließ mir das Wasser im Mund zusammenlaufen. Sophia überwachte die Essensausgabe mit ihrer gewohnt herrischen Art und sorgte dafür, dass jeder von uns eine gleich große Portion bekam. So viel Gerechtigkeitssinn hätte ich ihr nicht zugetraut. Niemand beschwerte sich und wir machten uns alle über unser Essen her. Ich hatte keine Ahnung, was für ein Fleisch sie uns da auftischten, aber es schmeckte einfach nur köstlich. Es war bissfest und saftig zugleich und zerging auf der Zunge. Der Geschmack änderte sich kaum, dass man etwas darauf herumgekaut hatte. Aber das störte mich nicht. Ich hatte seit langer Zeit nicht mehr so gut gegessen. Aus den anderen Zellen war nur das gleichmäßige Scheppern der Löffel an den Schalen zu hören. Und fröhliches Schmatzen. Ich löffelte auch die Fleischbrühe auf. Warmes Essen tat so gut, wenn man von der Kälte durchgefroren war. Es wärmte den Körper zusätzlich von innen. Und diese Brühe. Ein wahr gewordener Traum. Mir ist irgendwie komisch, sagte Finn plötzlich und stellte seine Schale beiseite. Ein bisschen schwindelig. Matteo reagierte sofort und stützte Finn, der drohte umzufallen. Ein ungutes Gefühl breitete sich in mir aus. Ganz langsam ließ ich meine Schale sinken und sah mich um. Janis sah ganz normal aus. Matteo auch. Nur mir. Mir war irgendwie auch ein bisschen schwindelig. Sophia glotzte zu uns in die Zellen, mit einem Ausdruck im Gesicht, der an Gehässigkeit nicht zu übertreffen war. Was hast du getan? Fragte ich an sie gewandt. Ich weiß nicht, was du meinst, antwortete sie mit einer Unschuldsmine. Wir haben euch zu essen gegeben, damit ihr kräftig genug seid, die Prüfung zu überleben. Naja, nicht alle von euch, aber ein paar. Meine Sicht verschwamm vor meinen Augen. Ich blinzelte und hielt mich an der Wand fest, um nicht einzuknicken. Was habt ihr uns ins Essen gemischt? Raja! In der Färzelle herrschte Aufregung. Rajani war umgefallen und auch in der Zelle daneben klappte jemand zusammen. Was ist das? Fragte ich nuschelnd. Mir war so schwindelig, dass ich nicht mehr gerade aussehen konnte. Was? Ich spürte, wie meine Beine einfach einknickten. Lena! Janis fing mich auf und stützte mich. Ich brauchte all meine Kraft, um die Augen aufzureißen und nicht ohnmächtig zu werden. Sie haben uns Drogen. Im Hintergrund hörte ich, wie immer mehr Leute riefen, das Aufklatschen von Körpern und dann Sophias verzerrtes Lachen. Ich glitt immer wieder in die Bewusstlosigkeit und schreckte daraus hervor. Irgendwann lag ich auf dem Boden, Janis neben mir, der bereits ohnmächtig war. Nur Matteo wehrte sich noch dagegen, den leblosen Finnen seinen Armen. Die Zellentüren wurden geöffnet und eine Menge Leute stürmten hinein. Jemand zerrte mich nach oben. Ich konnte mich nicht wehren. Ich konnte nicht einmal mehr die Augen öffnen. Dumpf waren die Geräusche und weit entfernt, die sich ganz leise in mein Bewusstsein schlichen. Bröhnend wie die Jubelrufe bei einem Fußballspiel, kreischend wie das Klatschen der Fans, die ihre Mannschaft anfeuerten. Und viel zu laut. Ich erwachte langsam. Ich hatte keine Ahnung, wo ich mich befand. Ich wusste nur, dass mir alles weht hat. Meine Augen aufgrund der Helligkeit, meine Ohren, meine Beine, mein Denken. Als ich mich aus dem Liegen aufsetzte, schwollen die Geräusche zu einem Tornado der Lautstärke an. Ich musste mir die Ohren zuhalten, um nicht ein weiteres Mal ohnmächtig zu werden. Alles, einfach alles, war zu viel. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte verzweifelt, die Außenwelt auszublenden. Ich versuchte, mich zu finden. Die Ruhe, die in mir wohnte. Die Stärke, die ich in den letzten Monaten dazu gewonnen hatte. Sie war dort. Aber sie half mir nicht. Ich konnte nur eines tun. Dem Fuchs die Kontrolle übergeben. Der Lärm weilte erneut auf. Doch er kümmerte mich nicht mehr. Wie ein Zuschauer auf einer Tribüne sah ich durch die Augen des Fuchses. Und endlich erkannte ich auch, wo ich mich befand. In einer Kampfarena. Der Fuchs hob den Kopf, sah senkrecht hinauf. Dorthin, wo die Sonne sein müsste. Aus der Decke der Arena strahlte Licht bis zu uns hinab. Doch es war keine Sonne. Die Arena war gigantisch, kreisrund, und sie bestand komplett aus Eis. Der Boden war mit Schnee und Eiskristallen bedeckt, der unter den Pfoten des Fuchses knirschte. Die glatte Oberfläche der Eiswände zeigte die vielfältigen Strukturen, als hätte ein Bildhauer mit Hammer und Meißel grobe Stücke aus dem Eisblock abgehauen. Die Wände reflektierten das Licht, sodass ich nichts oberhalb einer gewissen Höhe mehr sehen konnte. Dort oben müssten sich die Zuschauerringe befinden, den Geräuschen nach zu urteilen. Der Fuchs drehte den Kopf, und erst jetzt erkannte ich, dass ich nicht alleine war. Meine Freunde lagen neben und hinter mir auf dem kalten Boden, noch immer bewusstlos. Bin ich die Einzige, die wach ist? Ich sah Janis, Finn und Matteo, Noel, Jeff und Rajani. Leider hatte ich keine Chance, auch den Rest zu sehen, denn der Fuchs hatte Witterung aufgenommen und den Kopf gedreht. Inmitten der hellen Gletscherwand erschien ein schneeweißes Tier. Es war durch die Helligkeit kaum zu erkennen, und doch wusste ich, dass es ein Fuchs war. Auch der Fuchs in mir erkannte die Familienähnlichkeit sofort und blieb wie erstarrt stehen. Der Polarfuchs tippelte auf uns zu. Sein plüschiges weißes Fell verschwamm mit dem Hintergrund. Die dunklen Knopfaugen in dem niedlichen Gesicht waren alles, was ich sehen konnte. Er kam rasch näher. Als er nur noch ein paar Meter von mir entfernt war, erstarben die Rufe in der gesamten Arena. Der Polarfuchs wurde langsamer. Ich übernahm die Kontrolle über meinen Körper und hob den Kopf, um ihn offenherzig zu begrüßen. Es gab einen Moment, da starrten wir uns nur an. Die Zuschauer hielten den Atem an. Dann spürte ich neben mir eine Bewegung. Matteo war erwacht und erschien in grauer Wolfsgestalt an meiner Seite. Kaum nahm der Polarfuchs ihn wahr, änderte sich die Stimmung schlagartig. Die vorher freundliche Neugier schwang in Arglist über. Der Polarfuchs ging in eine Drohhaltung über, die von Matteo sofort erwidert wurde. Es wunderte mich außerdem nicht, dass er schützend vor Finn stand. Der, wie all die anderen, immer noch bewusstlos war. Der Lärm kehrte in die Arena zurück, als sich von allen Seiten Feinde näherten. Wölfe in allen Farben, Wildkatzen, Bären, Hirsche. Sie alle kamen langsam auf uns zu. Matteo und ich konnten gar nicht so schnell in alle Richtungen drohen. Wir drehten ständig die Köpfe, knurrten, fletschten die Zähne. Und endlich bewegte sich etwas zu meinen Füßen. Noel war erwacht und verwandelte sich während des Aufstehens. Janis und Jeff folgten, danach Alo und Runa, Viviane und Rajani und endlich auch Finn. Tante Rita und Karl sah ich nicht, nur die Wandlerschüler aus der AOS. Aber das störte mich nicht. Ganz im Gegenteil, sollten sie nur kommen. An der Seite meiner Freunde würde ich es mit allem aufnehmen. Die Rebellen zogen ihre Kreise immer enger. Die Arena war von Geschrei und Gejohle erfüllt. Nachdem sie uns mit Drogen vollgepumpt hatten, wollten sie uns kämpfen sehen. Ich war noch niemals so bereit dazu wie in diesem Moment. Ich nahm den Kopf noch etwas mehr zurück und riss das Maul auf, um dem Polarfuchs meine spitzen Zähne zu zeigen. In geduckter Haltung fixierte ich ihn und kratzte dabei ungeduldig auf dem gefrosteten Boden mit den Krallen. Der Polarfuchs spiegelte mein Verhalten eins zu eins, als würde ich in einen Spiegel schauen. In Drohhaltung näherten wir uns einander an, schnappten mit den Kiefern, zogen die Oberlippe an, um die spitzen Reißzähne zu präsentieren. Im Augenwinkel bekam ich mit, dass die anderen Rebellen auch schon fast da waren. Doch niemand wagte es, den ersten Schritt zu machen. Niemand bis auf einen. Der dunkle Wolf schräg vor mir kam Finn zu nahe und hatte damit sein Todesurteil besiegelt. Eine Millisekunde später schoss Matteo aus unserer Gruppe hervor und stürzte sich auf den Wolf. Brüllend, jaulend, heulend fetzten sie sich, als gäbe es keinen Morgen. Damit war die Schranke gefallen. Rebellen und AUS-Schüler stürzten sich aufeinander. Ihr Kampfgebrüll übertönte selbst den ohrenbetäubenden Jubel der Zuschauer. Ich stellte mich auf die Hinterbeine und krallte die Vorderpfoten in die Brust des Polarfuchses, der sich auf einen Zweikampf mit mir einließ. Mit aufgerissenen Mäulern kreischten wir uns an, drehten uns umeinander, bis wir die Verbindung lösten und mich der Polarfuchs am Hals erwischte. Für einen Moment war ich in seinen Fängen gefangen, dann ließ er los und ich machte einen Satz beiseite. Er sprang davon und ich ihm nach. Eine wilde Hetzjagd durch die Arena entbrannte. Mal war ich die Jägerin, dann wieder die Gejagte. Wir waren gleich, sowohl in Kraft und Schnelligkeit als auch in Wendigkeit und Reaktionszeit. Es war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, einem Wandler zu begegnen, der mir ebenbürtig war. Im Augenwinkel bekam ich mit, wie meine Freunde kämpften. Janis und Ben kämpften Seite an Seite, genauso wie Finn und Matteo. Ich sah Runa, Tobi und die anderen Aves über uns waghalsige Manöver durch die Arena fliegen. Alo spießte einen Wolf nach dem anderen auf. Und die vier Pferl aus der Zelle gegenüber stürzten sich geschlossen auf eine Gruppe Wildkatzen. Wir waren gut und niemand wurde seinem Schicksal überlassen. Ich jagte wieder nach dem Polarfuchs, der in wilden Haken durch die Arena rannte. Dann drehte er sich um und stürzte auf mich zu. Ich wurde umgerissen und landete auf dem Rücken auf den Boden. Die Zähne des Polarfuchses bohrten sich in meinen Halskragen. Aber ich gab nicht nach und verbiss mich genauso in seinem Hals. Er wischte ein Stück Haut und zerrte daran. Er fiepste und ließ mich los. Wir stürzten wieder aufeinander und rauften wild um uns schnappend. Es war der erste richtige Kampf für mich und, obwohl ich nicht vorhatte, jemanden ernsthaft zu verletzen, gab ich nicht nach. Ich konterte jeden Biss, jedes Schnappen und jagte den Polarfuchs ohne Unterlass vor mir her, bevor sich das Blatt wieder wendete und er mich jagte. Das Spielchen ging so lang, bis die Zuschauer vollends verstummten. Im nächsten Moment ertönte das Heulen eines Wolfes, das so atemberaubend laut war, dass wir alle unwillkürlich unseren Kampf unterbrachen. Die Rebellen zogen sich nach diesem Signal langsam zurück, während meine Freunde noch immer kampfbereit waren. Ich sah Matteo dem dunkelbraunen Wolf nachschnappen. Jeff hieb mit seiner Pranke nach einem Rothirsch mit prächtigem Geweih. Und Rajani, in ihrem Kampfrausch, rannte sogar einer Wildkatze nach, die mit eingezogenem Schwanz die Beine in die Hand nahm. Unsere Feinde verschwanden genauso spurlos und schnell, wie sie gekommen waren. Bis auf den Polarfuchs. Der zeigte keinerlei Angst angesichts unserer Überzahl und sah mir fest in die Augen. Dann dimmten plötzlich die Scheinwerfer runter. Es herrschten endlich normale Lichtverhältnisse in der Arena. Der Kampf war vorbei. Der Polarfuchs und ich sahen uns an, während wir parallel aufstanden und unsere Tiergestalt ablegten. Fell rieselte wie Staub von unseren Körpern zu Boden. Wir richteten uns auf. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als ich in das Gesicht der Frau sah. Als würde ich in einen Spiegel blicken. Es war ein Mädchen in meinem Alter und es sah mir zum Verwechseln ähnlich. Sie hatte meine Gesichtsform, meine bernsteinfarbenen Augen, die Sommersprassen, die Nase. Lediglich ihre Haare hatten eine andere Farbe. Sie waren blond, ausgeblichen, hell wie das Fell des Polarfuchses. Sie war mir wie aus dem Gesicht geschnitten und würde als meine Doppelgängerin durchgehen können, bis auf den Ausdruck in ihren Augen. Der war anders, irgendwie kalt, irgendwie wild und fremd. Das Heulen erstarb und das Licht in der Arena erlosch komplett, so dass wir nur noch schattige Umrisse sehen konnten. Noelle war plötzlich bei mir, nahm eine Hand, die ich fest umfasste. Alles okay? flüsterte er atemlos. Ich umarmte ihn und schloss die Augen. Erst jetzt bemerkte ich, wie schnell mein Herz klopfte, wie aufgeregt ich wirklich war. Meine Finger zitterten und ich musste tief durchatmen. Sie sieht aus wie ich, sagte ich, als ich mich von Noelle löste. Ich wollte ihm das Polarfuchsmädchen zeigen, aber an der Stelle, wo sie eben noch gestanden hatte, war niemand mehr. Nur in der Ferne war noch ein Schattenumriss zu sehen. Der Augenblicke später mit der Dunkelheit am Rande der Arena verschmolz. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns bald wiedersehen würden. Sind alle unverletzt? fragte ich in die Runde und hielt dabei noch Emmanuels Hand. Zustimmende Laute folgten. Wir blieben dicht beieinander, auch als wir erneut eingekreist wurden. Diesmal von Schattengestalten in Menschenform. Man wollte uns erneut auseinanderzerren, wohl um uns wieder in die Zellen zu sperren. Ich erkannte Sophia und Kieran, die das Kommando hatten und Befehle erteilten. Ich sah den Unmut in ihren Gesichtern. Wenn es nach ihnen ginge, wären wir spätestens jetzt alle tot. Aber es schien nicht nach ihnen zu gehen. Das war's schon? Das war eure Prüfung? fragte Matteo herausfordernd. Das war doch gar nichts. Finn und ein paar andere lachten. Sophia und Kieran waren nicht nach Lachen zumute. Sie sahen aus, als wäre jemand gestorben. Als Sophia mir doch Fesseln anlegen wollte, riss ich meine Hände zurück. Was soll das werden? Wir haben gewonnen. Gar nichts habt ihr gewonnen, fauchte sie zurück und packte grob mein rechtes Handgelenk. Ich entriss es ihr genauso grob und war schon bereit, mich wieder zu verwandeln, um mir an die Kehle zu springen, als ich Kieran einmischte. Ihr werdet im Bau erwartet. Also wieder im Gefängnis? fragte Janis. Nein, nicht so ein Bau. Ein paar von euch sollen sich den Bossen vorstellen. Anführer der Oyun, Aves und Ferrer und Lena und Matteo. Ein Blickwechsel fand zwischen uns statt. Dann hielt ich zu vier meine Handgelenke hin. Wenn du dich dann sicherer fühlst, fessel mich ruhig. Das siegreiche Grinsen auf meinen Lippen machte sie wahnsinnig. Es schien mir gar nicht zu passen, dass ich ausgewählt wurde, um mich den Anführern vorzustellen. Offenbar hatte sie doch keine so gute Stellung in diesem Rebellenlager. Ich konnte gar nicht breit genug grinsen, um meine Freude darüber Ausdruck zu verleihen. Kieran, Sophia und ihre Lakaien führten uns aus der Arena. Als wir uns dem Rand der Eiswand näherten, erkannte ich, dass es überall versteckt liegende Eingänge gab, die man aufgrund der Spiegelung und Perspektive aus der Mitte der Arena nicht hatte sehen können. Da waren sie also alle hergekommen. Interessant. Janis, Noel, Matteo, Alu, Rune und ich wurden abgeführt wie Verbrecher. Nicht gefesselt, aber von Wachen umgeben. Trotzdem fühlte ich mich schon viel besser als bei unserer Ankunft, wo Sophia und Kieran uns in die Zellen gesperrt hatten. Ich hatte zwar keine Ahnung, wozu sie uns unter Drogen gesetzt und dann in die Arena geschleift hatten, um zu kämpfen, aber ich wusste, dass wir es bald erfahren würden. Außerhalb der Eisarena gab es Höhlengänge, die verwinkelt in weitere Höhlen führten. Es gab Treppen, Vorhänge aus Leder, Türen aus Holz, die verschiedene Bereiche von den Gängen abtrennten und eine Menge Wandler, die herumstanden und uns anglotzten. Wir stiegen wieder aufwärts. Über mehrere gläsern wirkende Eistreppen und Höhlengänge stiegen wir hoch in andere Ebenen. Ich verlor sofort die Orientierung, da die Gänge so verwinkelt und von Rebellen bevölkert waren, dass wir uns teilweise hindurchschlängeln mussten. Das Lachen über Sophias nicht vorhandene hohe Position verging mir, als ich in die vielen grimmigen Gesichter sah. Die Rebellen waren nicht gut auf uns zu sprechen, das konnte ich von ihren Augen ablesen. Ganz im Gegenteil. Einige sahen so hasserfüllt aus, dass ich mich schlecht fühlte. Dabei hatte ich ihnen nichts getan. Wir alle nicht. Wir waren in Frieden gekommen. Wir wollten reden, wir wollten helfen. Und wir hatten einen Gefangenen für sie. Erst jetzt fiel mir auf, dass Mick nicht unter uns gewesen war in der Arena. Wir auch, er war noch viel zu schwach, um zu kämpfen. Vermutlich lag er noch in der Zelle und schlief. Er hatte auch von der Suppe gegessen. Die Suppe war für mich noch immer ein Rätsel. Aber eines, das ich nicht alleine würde aufklären können. Dafür hatte ich ohnehin keine Zeit. Wir würden gleich auf die Rebellenanführer stoßen und endlich erfahren, wieso wir gefangen gehalten wurden. Als wir nach etlichen Treppen und Höhlengängen vor einer sehr hohen schmalen Tür ankamen, in deren Rahmen etliche Tiersymbole eingeritzt waren, wusste ich, dass wir am Ziel angekommen waren. Ich umfasste den kleinen Fuchsanhänger an meiner Kette, den meine Mutter Tante Rita gegeben hatte. Ich konnte nicht verhindern, dass sich Aufregung in meinem Körper ausbreitete. Ich hatte keine Ahnung, wer uns hinter dieser Tür erwartete. Nur, dass ich meine Mutter irgendwo in diesem Rebellenlager aufhalten musste. Und auf unser erstes Aufeinandertreffen war ich nicht vorbereitet. Wie begrüßte man seine biologische Mutter, die einen nicht haben wollte? Richtig. Keine Ahnung. Zwei Wachen öffneten die Türen und ich warf Noel einen letzten hilfesuchenden Blick zu. Er lächelte. Das beruhigte mich allerdings nicht, als die Türen aufgezogen wurden. Karl und Tante Rita warteten, um sich uns anzuschließen. Ich war froh, sie zu sehen, konnte aber nicht aufhören, den riesigen Raum zu bestaunen, der sich dahinter offenbarte. Die Höhle glich einem Gewölbe. In der Mitte glänzte ein breiter, gefrorener Wasserfall, der durch ein Loch in der Decke hineinragte und in einem Loch im Boden wieder verschwand. Seine Form war abstrakt und irgendwie sah er aus wie eine breite Frostsäule. Die Wände der Höhle waren dunkelblau und von Eiskristallen verschönert. Auf dem Boden waren in das gefrorene Wasser seltsame Symbole geritzt, die ich nicht zuordnen konnte. Überall an den Wänden standen Wachen, Männer und Frauen in dunkler, zerfetzter Pelzkleidung, die uns anstarrten, als wären wir der letzte Abschaum. Selbst Karl und Tante Rita, die irgendwann schon einmal im Rebellenlager gewesen sein mussten, trafen diese bösen Blicker. Aber vor allem galten sie mir und Matteo, was mich nur noch mehr verwirrte. Als wüssten sie, dass wir zwei in Laboren gezeugt worden waren. Vielleicht wissen sie es? Wir umrundeten die Frostsäule und fanden dahinter so etwas wie einen Thronsaal wieder. Auf einem natürlichen Podest standen zwei Bänke, komplett von Fell bedeckt. Dahinter die Wand bestand ebenso wie die Frostsäule in der Mitte des Gewölbes aus gefrorenem, fließendem Wasser. Im Sommer, wenn das Wasser fließt, muss es hier wunderschön sein. Meine Aufmerksamkeit galt der Frau, die neben einem breitschultrigen Mann auf dem Podest stand und so uns hinab sah. Ihre Haare waren feuerrot. Mein Herz setzte aus, als sich unsere Blicke trafen. Mutter. Noel drückte kurz meine Hand, bevor wir auseinandergezogen wurden und uns in einem Halbkreis vor dem Steinpodest aufreiten. Ganz links Runa, dann Alo, Noel, Janis, Matteo und ich. Tante Rita und Karl standen rechts von mir am Rand und neigten die Köpfe zur Begrüßung. Der anderen taten es ihnen gleich. Als ich den Blick wieder hob, blieb ich an der rothaarigen Frau hängen, die wirklich wie ich aussah, nur älter. Das gleiche rote Haar, die gleiche gesprengelte Nase, die Augen, der Mund. Sie hatte sogar denselben verschlossenen Ausdruck, der mir oft im Spiegel begegnete. Und sie sah mich an, als wäre ich eine Katastrophe, der man sich nicht entziehen könnte. Natürlich wusste sie, wer ich bin. Glücklich schien sie deswegen nicht zu sein, was es mir noch schwerer machte, überhaupt ihrem Blick standzuhalten. Ein einziges, winziges Lächeln. Mehr hatte ich mir nicht gewünscht. Aber nicht mal das gab sie mir. Ebenso wenig wie der Typ neben ihr. Ein Mann wie ein Berg, groß, bärtig und mit langen, schwarzen Haaren. Silbrige Streifen zogen sich durch seinen Vollbart und in Strähnen durch sein Kopfhaar. Er trug so viele Felle auf seinen breiten Schultern, die ihn noch größer und breiter wirken ließen, als er ohnehin schon war. Seine Augen hatten die Farbe des Wassers, das hinter ihm gefroren die Wand verzierte. Ich wusste sofort, mit diesem Mann ist nicht zu spaßen. Und doch hatte ich keine Angst vor ihm. Denn er kam mir irgendwie bekannt vor. Als wäre ich ihm schon einmal begegnet im Leben. Rita, Karl, es ist lange her, sagte meine Mutter mit einer kühlen, aber freundlichen Stimme. Karl sah dies als Aufforderung an und trat vor uns. Er nickte ihnen nacheinander zu. Maren, Nathaniel, ein Wiedersehen ist lange überfällig. Maren heißt sie also. Schöner Name. Das ist es, stimmte Maren ihm zu. Es ist viel Zeit vergangen. Zehn Jahre, wenn ich mich recht erinnere. Oder, Rita? Tante Rita war ganz nervös. Das sah ich an der Art, wie sie die Finger ständig ineinander knetete. Ja, du siehst gut aus, Maren. Du natürlich auch, Nathaniel, sagte Tantien ganz kleinlaut. Meine Mutter lächelte und nickte ihr zu. Genau so mussten es Königinnen tun. Der Mann neben ihr rang sich weder ein Lächeln noch ein Nicken ab. Er war viel eher an dem Rest von uns interessiert. Die kurze Begrüßung zwischen ihnen schien beendet, als auch meine Mutter den Blick auf uns richtete. Eine Wand aus Stille stand zwischen uns. Eine Stille, die einen wahnsinnig machte. Sie dauerte zum Glück nicht lange an. Sind das die Anführer der Gruppe? Fragte Maren an einen Mann gewandt, der eine Stufe unter ihr stand und einem gewissen braunhaarigen Wolfsmädchen ähnlich sah. Das sind sie, berichtete er. Der Rest ist wieder in den Zellen. Völlig klar. Er konnte nur Sophias Vater sein. Anführer der Oyun, Arvis und Ferrell, wir entschuldigen uns für die unfreundliche Begrüßung, aber wir mussten erst prüfen, ob ihr die seid, für die ihr euch ausgebt. Für wen sollen wir uns denn bitte schön ausgeben? Fragte Matteo, was nicht nur mich, sondern auch den Rest der Anwesenden überraschte. Er war weder gefragt worden, noch gehörte er zu den Anführern. Spione des Komitees seid ihr auf jeden Fall nicht, wehrte Maren seine Unfreundlichkeit mit einem Lächeln ab. Dabei ging ihr Blick kurz zu Nathaniel hoch, der noch finsterer dreinschaute als vorher, und plötzlich wurde mir klar, woher ich ihn kannte. Matteo. Ich sah kurz nach links zu dem grimmigen grauen Wolfswandler und dann hinauf zu Nathaniel. Sie fixierten sich mit genau demselben finsteren Gesicht, der gleichen verschlossenen Härte. Die gleiche Stärke blitzte in ihren Augen auf. Das war Matteos Vater, hundertprozentig. Ich konnte ein Schmunzel nicht unterdrücken, da es erstaunlich war, wie ähnlich sie sich waren. Matteo schien jede Form von Höflichkeit vergangen zu sein, denn er ließ nicht locker. Ich lasse mich nicht einsperren, mir egal, was für einen Scheißverdacht ihr habt. Ich schluckte und gab ein Räuspern von mir, um ihn zu warnen, doch Matteo sah nicht so aus, als würde es ihn interessieren. Hier spricht nur, wer gefragt wird, drohte Nathaniel mit einer Bärenstimme. Ich lass mir nicht den Mund verbieten, erst recht nicht von jemandem, der mich und meinen Kumpel unter Drogen setzt, setzte Matteo hinzu. Matteo nicht, warnte Jannis ihn, doch alles zu spät. Matteo hatte einen Schritt auf das Podest zugemacht und dabei sogar Taterita angerempelt, die erschrocken zu Karlwig. Mit angehaltenem Atem sah ich zu, wie Matteo das Podest erklomm, Stufe um Stufe, bis er direkt vor seinem Vater stand. Das Knurren, das aus dessen Kehle drang, war im gesamten Gewölbe zu hören. Nathaniel war wütend. Matteo war wütend. Sie stierten sich in die Augen und ich wusste, dass sie es ernst meinten. Ich wünschte mir in diesem Moment nichts mehr, als dass Finn hier wäre. Er war der Einzige, der Matteo beruhigen konnte. Der Einzige. Die Situation drohte endgültig zu eskalieren, als Matteo das Knurren seines Vaters und des Anführers der Rebellen erwiderte. So laut und gefährlich, dass jemand schnell etwas tun musste. Nathaniel, bitte, sagte meine Mutter und griff ihn am Arm, zog ihn sanft, aber bestimmt zu sich. Nathaniels Reißzähne waren schon ausgefahren, als er leicht den Kopf zu ihr drehte. Er hat keinen Respekt, grollte er. Er ist müde. Das sind sie alle, versuchte Maren, ihn zu beruhigen, und winkte gleichzeitig Sophias Vater zu, der sofort seine Wächter aktivierte, die Matteo einkreisten. Und was jetzt, alter Mann? Lässt du mich wieder einsperren? provozierte Matteo ihn weiter. Feigling! Maren! Nathaniel wuchs schon eine Wolfsschnauze. Meine Mutter gab Sophias Vater ein Zeichen, dass sie schnell handeln sollten. Wir sahen alle mit offenen Mündern zu, wie Matteo abgeführt wurde. Er lachte nur, was seinen Vater noch mehr aufstachelte. Feigling! rief Matteo so laut, dass es im gesamten Gewölbe zu hören war. Schafft mir diesen Bastard aus den Augen, brüllte Nathaniel in einem Ton, der das Blut in den Adern gefrieren ließ. Wir waren alle wie erstarrt und konnten nicht glauben, was da gerade passiert war. Selbst Noel, den für gewöhnlich nichts aus der Ruhe bringen konnte, machte ganz große Augen. Kein Wunder, damit hätte nun wirklich niemand gerechnet. Nathaniel sah Matteo nach, als er auch schon längst nicht mehr im Raum war. Maren dagegen schien diesen kleinen Zwischenfall nicht schlimm zu finden. Sie lächelte, stärker als je zuvor, und widmete sich wieder ihren Gästen. Ich entschuldige mich erneut für unser argwönisches Verhalten. Ihr habt euch als vertrauenswürdig erwiesen und seid nicht länger unsere Gefangenen. Im Namen des gesamten Rebellenlagers heiße ich euch willkommen. Sie nickte in die Runde. Eure Kampftechniken waren beeindruckend. Für so junge Schüler aus der Akademie ist das außergewöhnlich. Ihr habt als eine Einheit agiert und niemanden zurückgelassen. Solch einen Zusammenhalt schätzen wir hier sehr. Davon können selbst wir noch etwas lernen. Wenn Sophia und Kieran zu ihren Leuten zählten, definitiv. Die dachten nur an sich und ihren eigenen Vorteil und flohen, wenn es brenzlig wurde. Wir werden Zimmer für euch hier richten lassen. Es gibt Essen, einen warmen Platz am Feuer. Ruht euch aus. Ihr habt eine lange Reise hinter euch. Alles Weitere besprechen wir morgen. Beendete Maren die Willkommensrede. Auf ihren Fingerzeig hin liefen die nahestehenden Rebellen los. Janis, Alo und Runa gingen mit ihnen. Nur Noel blieb an meiner Seite. Ich wollte mich mit solch einer förmlichen Begrüßung nicht zufrieden geben. Immerhin war sie meine Mutter und sie hatte mich seit mehr als zehn Jahren nicht mehr gesehen. Ich musste unbedingt herausfinden, wie sie zu mir stand. Und ich hatte eine Menge Fragen. Maren gab Nathaniel einen Kuss und bestätigte damit meine Vermutung, dass sie ein Paar waren. Sind Matteo und ich jetzt etwas Stiefgeschwister? Das wird ja immer verrückter. Noel stand neben mir. Unsere Arme berührten sich, als Maren zu uns hinab trat. Das Lächeln auf ihren Lippen war verschwunden. Ihr habt gut gekämpft, war das Erste und Einzige, was sie sagte. Ich blinzelte mehrfach, um mir die Enttäuschung darüber nicht anmerken zu lassen. Ich war unfähig, etwas zu sagen, ohne ihr, wie Matteo seinem Vater, an die Gurgel zu gehen. Wir sahen uns nach so langer Zeit wieder. Ich zum ersten Mal bewusst und sie sagte nichts weiter als gut gekämpft? Danke, war eine angemessene Antwort und sie kam von Noel, da ich immer noch verstummt war. Ich habe nicht von dir gesprochen. Maren sah Noel mit einem Ausdruck an, den ich nicht zu deuten wusste. Freundlich war der nicht, feindselig aber auch nicht. Von wem dann? Fragte ich mit aller Beherrschung. Maren deutete mit dem Kopf schräg hinter mich. Dort stand sie, das Polarfuchsmädchen mit meinem Gesicht. Das ist Astrid, meine Tochter. Ihre Worte überraschten mich nicht. Und doch versetzten sie meinem Herzen einen schmerzhaften Stich. Ihre Tochter. Das klang fast so, als hätte sie nur die eine. Das blonde Mädchen kam, ohne ein Wort zu sagen, an ihre Seite. Neben einem Stiefbruder in Matteo hatte ich einfach so Familienzuwachs bekommen. Da standen sie, meine Mutter und meine Schwester, und ich fühlte keinerlei Zuneigung zu ihnen. Bis auf die Ähnlichkeit gab es keine Verbindung. Wozu diese Kämpfe? Fragte ich mit ernster Miene. Was habt ihr uns ins Essen gemischt? Maren legte einen Arm um die Schulter der blonden Astrid und suchte nach den passenden Worten. In diesem Moment brauchte ich Noelle an meiner Seite stärker als jemals zuvor. Er stand schräg hinter mir, eine Hand auf meinem Rücken, gegen die ich mich lehnte, um die starke Verbindung zu ihm zu spüren. Es ist eine Schutzmaßnahme, offenbarte Maren. Es gab in der Vergangenheit so viele Fremde, die unseren Standort beinahe verraten hätten. Ich weiß nicht, wie viel Karl und Rita dir gesagt haben, Lena. Bei der Erwähnung meines Namens breitete sich eine Gänsehaut auf meinem gesamten Körper aus. Aber wir sind Gejagte, und das Komitee würde nicht zögern, uns zu zerstören, wenn sie wüssten, wo wir uns aufhalten. Das verstehe ich. Aber was genau habt ihr uns gegeben? Ein Serum, das das Tierblut in euch aktiviert. Bei all jenen, die nicht zum Komitee gehören, geschieht nicht viel. Sie schlafen ein, wachen auf und können sich ganz normal verwandeln. Wärt ihr anders, hättet ihr in der Arena gestanden, in eurer Menschengestalt. Und wir hätten sofort gesehen, dass ihr falsche Absichten hegt. Und uns getötet. Möglicherweise. Maren verzog keine Miene. Manchmal hat man keine Wahl, wenn man die schützen will, die man liebt. Das war zu viel für mich. Ich spürte, wie meine Knie nachgaben. Mein Herz wog eine Tonne, und ich sah, wie meine Augen glasig wurden. Ich wollte nicht weinen. Nicht vor meiner Mutter und erst recht nicht vor meiner Schwester, die noch kein einziges Wort gesagt hatte. Sie war so kalt wie das Eis in ihrem Rücken. Sie war nicht von ihrer Mutter als Versuchskaninchen in ein Labor geschickt worden. Wie sollte sie verstehen, wie es mir gerade ging? Wie könnte überhaupt irgendjemand es verstehen? Lass uns gehen. Ich bin müder. Flüsterte ich an Noel gewandt. Er verstand sofort, umfasste meine Talie und gab mir damit noch mehr Halt. Den brauchte ich auch dringend. Ich war so durcheinander, dass mir sogar schwindelig wurde. Ruhe dich aus. Ich habe ein besonders schönes Zimmer für dich herrichten lassen, sagte meine Mutter. Doch ich hörte ihr gar nicht zu. Ich war nur damit beschäftigt, nicht umzufallen und einen Schritt vor den anderen zu machen. Zurück zum gefrorenen Wasserfall, an ihm vorbei zu den großen Türen und hinaus in den Gang, Treppen über Treppen hinab. Ich nahm nichts davon richtig wahr, bis auf das Schließen einer Tür und die plötzliche Stille, die einkehrte. Das ist also dein Zimmer, sagte Noel. Er war der Einzige, der mit mir in diesem Raum war. Es war eine schöne Höhle. Der nackte Steinboden war mit Fellen übersät. Es gab ein Schlaflager, tierische Ornamente an den Wänden und eine kleine Feuerstelle, die an einen Kamin erinnerte und ihren Rauch sogar durch ein Loch in der Decke entwich. Es war warm und gemütlich. Genau das Richtige in diesem Moment. Noel führte mich zu dem natürlichen Steinpodest, auf dem noch mehr Fälle lagen, und setzte mich hin. Dann goss er mir Wasser aus einer steinernen Karaffe in einen Holzbecher und hielt ihn mir hin. Ich trank brav alles aus, obwohl ich immer noch neben mir stand. Ich hätte es nie für möglich gehalten, dass mich etwas noch mehr aus der Bahn werfen könnte als der Einbruch in die Labore unterhalb der Akademie. Aber so war es. Die Ereignisse der letzten Stunden waren noch nicht mal ansatzweise zu mir hindurchgesickert, und doch fühlte ich mich einfach nur hilflos. Noel nahm den Becher entgegen und stellte ihn ab. Dann stand er auf. Geh nicht, sagte ich und hielt sein Handgelenk ganz fest. Ich will nicht alleine sein. Noel hielt in der Bewegung inne. Seine grasgrünen Augen musterten mich, hielten den Blickkontakt. Dann ließ er sich langsam neben mich sinken. Ich wollte eigentlich das Essen holen, sagte er mit einem süßen Schmunzeln und deutete auf ein Tablett neben der Tür. Du bleibst bei mir? Natürlich. Ich beugte den Oberkörper nach vorne und küßte ihn, als wäre es unser erster Kuss. Ganz sanft und vorsichtig berührten sich unsere Lippen. Ich entließ ein Seufzen, als ich Noels Finger an meinen Wangen spüren konnte. Er wusste einfach immer, wie ich mich fühlte. Und er sorgte auch nach so vielen Monaten noch immer dafür, dass in meinem Bauch ein wilder Sturm aus Schmetterlingen tobte. Auch wenn ich liebend gerne weitergemacht hätte, blieb es bei einem kleinen Kuss. Noel wusste genau, dass ich Ruhe brauchte. Deswegen half er mir, mich hinzulegen und zumindest die obersten Klamotten und Schuhe auszuziehen. Dann stand er auf und legte seine Jacke ab. Ich sah unter halb geöffneten Augen dabei zu, wie er alles bis auf den Wandleranzug auszog und sich dann hinter mir niederließ. Seine starken Arme legten sich über mich. Sein warmer Körper schmiegte sich an meinen Rücken. Ich kuschelte mich gegen ihn und schloss wohlig seufzend die Augen. Noel legte ein großes Eisbärenfell über uns und küßte meinen Nacken, während sein eines Bein sich über meine legte. Wir lagen so eng beieinander wie noch niemals zuvor. Und es fühlte sich einfach nur gut und richtig an. Lena, rief jemand in die Dunkelheit hinein. Was ist? Ich schreckte aus dem Schlaf hoch und schlug um mich, woraufhin ein dunkles Stöhnen ertönte. Ich brauchte zwei Sekunden, um zu begreifen, wo ich mich befand. Noel hob stöhnend den Kopf und rieb sich die Seite. Was? Fragte ich verwirrt und sah in sein schmerzverzerrtes Gesicht. Wir haben ein Problem. Rief Janis, der vor unserem Lager stand. Du hast mich geschlagen. Brummte Noel. Ich sah verwirrt zwischen ihnen hin und her. Geschlagen? Problem? Was? Fragte ich erneut und trieb mir den Schlaf aus den Augen. Janis grinst da, auch wenn er Noel nicht unbedingt freundlich ansagt. Hör auf, wir brauchen dich. Ich warte draußen. Noel? Janis nickte Noel zu, er genauso verpennt aussah, wie ich mich fühlte. Und noch dazu standen seine Haare in alle Richtungen an. Dann ging Janis und ließ uns allein. Was ist los? Fragte ich gähnend. Irgendein Problem. Noel rappelte sich auf. Seine Wärme in meinem Rücken fielte mir jetzt schon. Er zog sich an und ich konnte nicht anders als zu grinsen, weil er so niedlich aussah, wenn er verschlafen war. Gleichzeitig hasste ich Janis dafür, dass er einfach so herein geplatzt hat. Er hätte ruhig noch ein paar Stunden warten können mit seinem Alarm. Ich hoffe für ihn, dass es wichtig ist, murmelte ich und stand ebenfalls auf. Als wir aus dem Zimmer traten, wartete vor der Tür nicht nur Janis. Auch Runa war dort und ich wusste mit einem einzigen Blick in ihr und Janis Gesicht, dass zwischen ihnen etwas lief. Also, was ist so dringend? Fragte ich erneut gähnend. Dreimal darfst du raten, sagte Runa mit einem genervten Augenrollen. Matteo. Ich seufzte bei ihrem zustimmenden Nicken. Er hatte schon am Vorabend für schlechte Stimmung gesorgt und es wunderte mich keinesfalls, dass er das fortsetzte. Matteo war ein Hitzkopf und wenn er mies gelaunt war, ließ er das alles spüren, ob er wollte oder nicht. Er hat hoffentlich nichts Dummes angestellt. Vor meinem inneren Auge liefen die verschiedensten Szenarien ab. In einem davon schlitzte er seinem eigenen Vater die Kehle auf. Ich hätte eindeutig zu viele Dramen gelesen. Sagen wir es so, finde es drahtlos, sagte Janis und führte uns die Treppen hinab. Dann muss es wirklich schlimm sein. Janis und Runa führten uns bis ganz nach unten in den Gefängnistrakt des Rebellenlagers. Schon von Weitem konnte ich Matteo in einer Zelle wüten hören. Sein Brüllen wurde von den Eiswänden wiedergegeben und ließ uns das Blut in den Adern gefrieren. Auch wenn er für gewöhnlich öfter mal fluchte und brüllte, so krass war es noch nie gewesen. Es musste etwas wirklich Schlimmes passiert sein. Als wir uns der Lautstärke näherten, erkannte ich Finn. Er stand neben Matthäus' Zelle und versuchte offenbar ruhig auf ihn einzureden. Finn! Lena! Mein bester Freund warf sich mir an den Hals. Er drückte mich so fest er konnte. Dabei spürte ich, wie er innerlich zitterte. Was ist los? fragte ich besorgt und sah ihm tief in die Augen. Matteo, er ist... Ich weiß es nicht, gab Finn mit schwacher Stimme zurück. In seinem Gesicht sah ich Trauer und Verzweiflung. In der Nacht war noch alles gut und dann... Tränen glänzten in seinen Augen. Schon gut. Ich nahm ihn erneut in die Arme. Ich hatte absolut keine Ahnung, was passiert sein könnte. Nur das Gefühl, irgendetwas Wichtiges verpasst zu haben. Wieso ist er noch immer in der Zelle? Wieder, korrigierte Finn mich. Bis heute Morgen haben wir in einem Zimmer geschlafen. Dann wurde er rausgerufen und als er wiederkam, war er ganz verändert. Er hat geflucht und Sachen durch die Gegend geworfen. Da haben sie ihn mitgenommen. Ich konnte nichts tun. Ich nickte verständlich und lächelte sanft. Vielleicht hat er sich wieder mit Nathaniel gestritten? Sag diesen Namen nicht! krollte Matteo durch die Gitterstäbe. Sein hasserfüllter Blick traf mich. Ich musste zugeben, dass ich mich vor ihm fürchtete, wenn er so war. So außer Kontrolle. Ich sah Hilfe suchen zu Finn, der nur ratlos mit den Achseln zuckte und sich die Augen trocken wischte. Matteo fuhr damit vor, zu brüllen und gegen die Zellenwände zu schlagen. Ich hielt Fins Hand, der bei jedem Schlag zusammenzuckte, und krampfhaft versuchte, seine Trauer zurückzuhalten. Matteo verausgabte sich so sehr, dass er bald mit blutigen Fäusten an der Zellenwand hinabglitt. Er war zu erschöpft, um weiterhin zu brüllen, und so kehrte ein wenig Ruhe in den Gefängnistrakt ein. Na endlich! Er tönte eine Stimme aus der Zelle daneben. Ich lief ein paar Schritte und linste durch die schmalen Gitterstäbe in die Zelle. Mick stand mit schräg gelegtem Kopf neben der Tür. Er grinste wie eh und je. Es schien ihm besser zu gehen. Mick? fragte ich überflüssigerweise. Wie er leibt und lebt! Er breitete die Arme aus und drückte die Brust raus, um sich zu präsentieren. Aber mein Gehör hat etwas gelitten. Die Nachbarn sind ziemlich laut. Mir fiel dabei wieder ein, dass er in der Arena nicht dabei gewesen war. Aber er hatte mitgegessen, soweit ich mich erinnern konnte. Wie geht es dir? fragte ich vorsichtig. Großartig! Aber ich hätte nichts gegen einen bequemeren Schlafplatz, wenn du verstehst. Kannst du dich noch verwandeln? Darauf antwortete er nicht. Sein Blick ging schräg an mir vorbei. Ich drehte mich um und stand meiner Schwester Astrid gegenüber. Oh, hi! begrüßte ich sie. Sie sagte nichts und sah nur zwischen Mick, mir und Finn hin und her. Dann ging sie schnurstracks auf Matthäus' Zelle zu, der leise vor sich hin fluchte. Kaum stand sie vor den Gitterstäben, sprang er auf. Finn griff nach meiner Hand und drückte sie ganz fest, als sie die Zellentür öffnete. Ich hielt den Atem an und wartete darauf, dass es wieder losgehen würde. Aber das tat es nicht. Astrid stand vor dem gebrochenen Matteo und sagte kein Wort, ebenso wenig wie er. Was passiert da gerade, flüsterte ich Finn zu, der mit großen Augen die Schultern an die Ohren zog. Keine Ahnung. Es musste sich um irgendeine Art stumme Kommunikation handeln, denn Astrid trat nach einer Minute wieder raus, schloss ab und ging. Hey, warte mal, rief ich ihr nach. Sie sah sich kurz um, warf mir einen Blick aus eiskalten Augen zu und ging dann einfach davon. Seht sie nur, die Eisprinzessin, ihre Augen von Frost durchzogen, ihre Lippen blau, ihr Herz aus Glas, gab Mick mit kräftiger Stimme von sich, als würde er ein Gedicht aufsagen. Das hast du dir gerade ausgedacht, stellte ich fest und erntete dafür ein Grinsen seinerseits. Wer ist sie? fragte Finn, der ganz fasziniert hinter Astrid her sah. Meine Schwester. Lange Geschichte. Finn machte große Augen. Und er da drin ist mein Stiefbruder, fügte ich hinzu. Finn klappte der Unterkiefer runter, als er meine Worte begriff. Du meinst, Matteo und du? Sieht ganz so aus. Meine Mutter und sein Vater sind die Anführer der Rebellen. Verrückt, ich weiß. Aus dem Inneren der Zelle ertönte erneut ein missmutiges Knurren. Doch Matteo war glücklicherweise nicht mehr dazu in der Lage, Großgewalt anzuwenden. Erschöpft lehnte er an den Gitterstäben, mit dem Rücken zu uns. Neben ihm entstanden winzige Blutseen, in die es unaufhörlich tropfte. Also ist Matteo gar kein Waisenkind, sagte Finn leise. Ich schüttelte den Kopf. Aber das ist doch wunderbar. Finn trat an Matteo heran, legte eine Hand auf seine Schulter. Matteo zog sich sofort zurück. Du hast einen Vater. Du bist nicht allein. Du kannst ihn kennenlernen und endlich die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit interessiert mich ein Scheißdreck, spie Matteo aus. Aber wieso? Er ist ein Vater. Er ist ein Arsch, unterbrach Matteo Finn. Wie der Vater, so der Sohn, flötete Mick aus der Nebenzelle. Halt die Fresse, grollte Matteo und trat gegen die Gitterstäbe, die sich keinen Millimeter bewegten. Er biss sich knurrend auf die Unterlippe und setzte vorsichtig den Fuß wieder auf. Vielleicht ist er ja doch nett. Lern ihn kennen. Gib ihm eine Chance, schlug Finn vor. Ich konnte hören, wie viel Mühe er sich gab, Matteo gut zuzureden. Vielleicht ist er ganz anders, als du denkst. Wenn ich keine Chance bekomme, hat er auch keine verdient. Ich wurde hellhörig und gab Finn das Zeichen, still zu sein. Ich könnte mit ihm sprechen, schlug ich vor, auch wenn ich keine Lust hatte, auf meine Mutter zu treffen. Immerhin ist seine Freundin meine Mutter. Finn nickte zustimmend. Von Matteo kam nichts dazu, weder eine Zustimmung noch eine Ablehnung, was bei ihm bedeutete, dass er einverstanden war. Ob sich im Anschluss auch noch ein Gespräch für mich einrichten ließe, flötete Mick aus der Nachbarzelle. Ich ignorierte ihn und zog Finn mit mir. Auch wenn er anfangs dagegen war, wusste ich, dass er ein bisschen Abstand zu Matteo brauchte. Er war viel zu sensibel, um ständig als emotionaler Mülleimer missbraucht zu werden. Und vielleicht könnte er bei Nathaniel mehr erreichen als ich. Wer weiß. Es war nicht schwer, die Höhle der Anführer zu finden. Beinahe alle Gänge in dem komplexen Höhlenkonstrukt führten dorthin, und die großen Türen öffneten sich, als wir näher traten. Ich bin Lena, das ist Finn, und wir würden gerne … Eine Erklärung war nicht nötig. Ein junger Mann, der mich schon wieder an Sophia erinnerte, nickte mir nur zu und ließ uns eintreten. Das ist doch sehr freundlich, sagte Finn und lächelte jedem zu, dem er begegnete. Nicht alle, murmelte ich, und umging mit Finn an meiner Seite den gefrorenen Wasserfall. Kaum erkannte ich die Silhouetten von Nathaniel und Maren, versteifte ich mich. Nur Mut, Lena. Es geht hier nicht um dich. Finn braucht deine Hilfe. Gerade war niemand bei ihnen, also störten wir auch nicht. Es schien der perfekte Zeitpunkt für eine Unterredung zu sein, und doch hatte ich nicht das Gefühl, willkommen zu sein. Weder bei meiner Mutter noch bei Nathaniel. Und erst recht nicht bei Astrid, die gerade noch mit meiner Mutter die Köpfe zusammengesteckt hatte. Was ist? Begrüßte uns Nathaniel gereizt. Maren legte ihm liebevoll die Hand auf den Unterarm und übernahm das Gespräch. Hallo Lena, ich hoffe, ihr hattet eine gute Nacht. Äh, ja, danke. Unsere Schlafplätze sind toll, deswegen sind wir nicht hier. Maren hob fragend die Augenbrauen, worauf finde ich mich heusbette. Ich war in ihrer Gegenwart noch immer so aufgeregt wie am Tag davor. Und noch immer herrschte eine so große Distanz zwischen uns, wenn meine eigenen Haut fremd vorfahm. Es geht um unseren Freund, Matteo. Bei Erwähnung seines Namens gab Nathaniel ein abwertendes Knurren von sich. Doch ich wollte mich davon nicht beeinflussen lassen. Er ist wieder in einer Zelle, und wir wollten fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, ihn anders unterzubringen. Maren übernahm das Wort noch bevor Nathaniel uns anbrüllen konnte. Seinem Gesicht nach zu urteilen, wollte er nichts lieber als das. Wir glauben, er ist dort derzeit besser aufgehoben. Besser aufgehoben, ahmte ich sie nach. Er hat doch nichts verbrochen. Meine Mutter verengte die Augen bei meinem Anflug von Protest. Dies ist ein friedlicher Ort, und das soll er auch bleiben. Dann hättet ihr Sophia, Kieran und ihre ganze Verwandtschaft draußen lassen sollen. Matteo ist sehr freiheitsliebend, und es geht ihm wirklich nicht gut in der kleinen Zelle. Versuchte ich, sie irgendwie zu überzeugen. Aber ich hörte selbst, dass das Unfug war, und wandte mich hilfesuchend an Astrid. Du hast ihn doch gesehen. Sag ihm, wie schlecht es ihm geht, bat ich meine Schwester, die nur mit gerecktem Kinn dastand und zu uns hinabstarrte. Du hast seine Verletzungen gesehen. Erzähle es ihnen. Sie spricht nicht, sagte Maren mit klarer Stimme. Gar nicht? Fragte ich verwundert. Nee. Ich sah Astrid in die Augen. Sie sah ziemlich kühl drein, aber sie wirkte intelligent und aufmerksam. Ich war mir sicher, dass sie uns verstehen konnte. Immerhin hatte sie sich nach mir umgedreht. Sie konnte hören, war also nicht taubstumm. Es musste dafür einen anderen Grund geben. Warum nicht? Fragte ich. Maren sah kurz zu Astrid und dann zurück zu mir. Das wissen wir nicht. Ich wusste, dass es unhöflich war, weiterzufragen, also beließ ich es dabei und wechselte das Gespräch zurück zu Matteo. Wir könnten mit ihm sprechen und dann beruhigt er sich vielleicht. Er bleibt, wo er ist, gab Nathaniel knurrend von sich. Er ist manchmal etwas aufbrausend, aber in Wahrheit ist er wirklich nett, platzte Finn in das Gespräch rein. Er meint es nicht so. Er hat keinen Respekt, stellte Nathaniel klar. Es ist alles neu für ihn. Er würde bestimmt besser damit klarkommen, wenn er nicht eingesperrt wäre, wagte sich Finn vorsichtig voran. Er bleibt so lange da drin, bis er lernt, sich zu beherrschen. Als mein Sohn kann er sich nicht aufführen wie ein bockiges Kind. Aber vielleicht... Wer bist du, dass du glaubst, für ihn sprechen zu können? Du bist weder sein Rudelführer noch seine Gefährtin. Gefährtin? Ich bin ein Freund, sagte Finn mit erhobenem Haupt. Sein bester Freund. Du bist das. Nathaniel ließ den Blick an Fins schlachsiger Statur auf- und abwandern. Eine Schande! Finn und ich sahen uns fragend an. Was? Wollte ich ansetzen, doch Nathaniels grimmiger Blick ließ mich verstummen. Matteo muss lernen, dass es andere gibt, die für ihn Entscheidungen treffen. Mir wurde der Mund trocken, als ich gespannt darauf wartete, auf was er da anspielte. Eines war auf jeden Fall klar. Es würde nichts Positives für Matteo sein. Damit kommt er klar. Finn lächelte gutmütig. Er hat sich im Camp immer dem Alpha untergeordnet. Das kennt er. Hier geht es um etwas anderes. Warum denn? Vielleicht kann ich mit ihm sprechen. Nathaniel gab ein finsteres Lachen von sich. Die Art, wie er Finn ansah, ließ mich wütend werden. Matteo ist mein einziger lebender Sohn. Er wird einmal mein Nachfolger sein. Aber das ist doch gut. Finn suchte unsicher den Blickkontakt zu mir. Das seht er anders. Ich verstand gar nichts mehr. Er scheut harte Arbeit nicht. Er ist ein guter Wandler und er… Finn suchte nach Worten. Er wird Astrid zu seiner Gefährtin wählen. Offenbarte Nathaniel in einem Ton, der unmissverständlich war. Finn öffnete den Mund und schloss ihn wieder, ohne etwas zu sagen. Gefährtin? Fragte ich leise. Er wird sie an sich binden, so wie ich mich an Nathaniel gebunden habe, erklärte meine Mutter. Mir blieb der Mund offen stehen, als ich begriff, was das bedeutete. Matteo würde meine stumme Schwester heiraten. Oder das, was in Wandlerkreisen dem ähnlich kam. Ein einziger Blick in Fins Gesicht reichte aus, um zu erkennen, dass gerade ein Herz gebrochen wurde. Fortsetzung folgt Das war Eisprinzessin Academy of Shapeshifters Episode 17 Geschrieben von Amber Auburn Gelesen von Marlene Rauch Auch die Abende verbrachten wir oft miteinander. Manchmal kochte ich, manchmal bestellten wir uns etwas. Aber David Gelesen sind